Was war denn das für ein zögerndes, ey? Ne, ich musste jetzt ein bisschen, ähm, noch ein bisschen nachdenken. Ich habe mit dir angefangen, also, ne? Ah, hm. Du weißt ja ganz richtig. Ne, war ich noch nicht. Auf der Wiese war ich noch nicht. So, liebe Zuschauer, wir haben natürlich ein bisschen was vorbereitet für Sie. Und zwar gibt es heute ein Spiel, das wir heute in dieser Form hier noch nicht gespielt haben. Ähm, erst einmal muss ich sagen, ich finde es schön, wieder mal mit dir motivieren zu dürfen. Ebenso, so schön. Wir hatten ja noch einmal die Ärger. Ja. So, jetzt noch einmal wieder zu Ihnen, liebe Zuschauer. Und zwar spielen wir heute ein Spiel ohne Punkt und ohne Komma. Ja, oder so ähnlich. Also, es ist tatsächlich eine absolute Night-Love-Premiere, meine Damen und Herren. Und, äh, ich glaube sogar auch für uns beide. Richtig. Ich habe es zwar schon mal gesehen, so ein bisschen, und habe nie so recht kapiert, um was geht es denn da? Und, äh, das gucken wir uns heute mal an, äh, meine Damen und Herren, in dieser Nacht. Leider nicht bis 4.26 Uhr. Das wäre aber auch mal was. Nein. Beruf, liebe Zuschauer, ganz, ganz wichtig, garantiert hier nicht die Durchstellung hier zu uns in die Sendung. Und eine Spielrunde dauert niemals länger als 180 Minuten. Alle Hinweise und Teilnahme, oder zu unserer Teilnahme zum Gewinnspiel, sehen Sie wie immer auch in den Einblendungen. So, Spielmodus. Das ist, äh, der Hot-Button. Runde genommen, meine Damen und Herren, äh, geht es nur um den richtigen Moment. Und darum sind Sie sofort hier, ohne vorher woanders zu landen, ohne ein Besetzzeichen zu hören. Und jetzt gucken wir uns dieses Monster-Ding mal an, oder? Richtig, richtig. Ich bin mal gespannt. Da ist es, meine Damen und Herren. Ohne Punkt und, komm mal. Sie sehen's, liebe Zuschauer, ich hab dann mal... Ihnen auf jeden Fall noch eine schöne Nacht und, äh, wir werden uns bestimmt bald hier sehen. Genau, München ist O-Zapf, nicht vergessen, die Wiesen ist. Und morgen aber natürlich wieder Nightloft, ne? Äh, mit wem eigentlich? Also auf jeden Fall mit mir. Auf jeden Fall morgen Nightloft. Gute Nacht dem Zuschauer. Auf Wieder Fernsehen. Tschüss.